Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich, näherten wir uns dem Quell des Aufstandes. Wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Die Speer berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, haben wir keine Chance. Jörg wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser beharten Bastare. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei Ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eib leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es sich gegen ihr Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zaun zu spülen. Unsere Vergeltung oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden, anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio. Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist meine Ehre. Puhi, na dann. Erreiche den Grund der Schlucht. Dann setzen wir... ...unsern Weg mal fort. Und holen den König und sein Töchterchen. Na nü. Ich komme da nicht runter. Ist ja auch lustig. Die zehn Zentimeter waren ihm zu hoch. Wie jetzt? Soll ich hier nicht lang? Aha. Doch. Ich soll. Aber die zehn Zentimeter da, die waren trotzdem zu hoch für ihn. Halt. Wird das aufgesammelt? Ja. Das ist so... Die anderen verspotten so hier. Jetzt komm du. Weichei. Ja, wir müssen die Schützen auf dem Aquädukt. Wir haben gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen. Wir legen Fallen. Wir bleiben wachsam. Und bringen die Barbarenpatrouille zum Schweigen. Wir haben Fallen und Verletzungen von Römern in diesem Gebiet. Wir haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört. Irgendwas. Schlag-Alarm. Noch Fragen? Wie spät ist es? Halt sie das Herz ran. Was haben wir denn? Haben uns wohl verletzt? Zack. Ja, auf jeden Fall müssen wir, um unsere Leute zu schützen, die Schützen oben auf dem Aquädukt ausschalten. So. Okay. Ich wollte noch eine Hinrichtung... Hier muss es von der Bach nur so wimmeln. ...Hinrichtung hinlegen, aber es hat nicht mehr geklappt leider. Ach hey. Gibt's jetzt hier zwei Wege. Ähm. Ich geh hier lang. Bisschen nur von der Seite. Vielleicht. Dass wir geschützt sind hier. Hier kommen wir gar nicht weiter, oder was? So. Der Gute hat Angst vorm Wasser. Na gut. Dann gehen wir wieder hier hoch. Ach, wir müssen dahin. Da wird's auch angezeigt. Na gut. Ich finde eine sichere Stelle, um den Fluss zu überqueren. Oh. So. So. Können wir hier weiter hin. So. So. Was sind wir hier wohl? Unds Wäldchen. Ja gut, die hätten uns ja von oben gesehen und halt abschießen können. Ach du Scheiße. Oder Schloch. Woa ist das mies. Boah. Alter Schwede. Das müssen die Überreste der vierten Legion sein. Übel. Das ist in der Tat ba bak- Barbarisch. Puh! Scheiß Fallen. Habe ich mich erschreckt? Oh, schön. Also, nicht der Baum, aber der Wasserfall. Das, was da so vom Baum hängt, ist nicht so schön anzusehen. Hallo, Arschloch. Und du so? Römischer Hund, ne, ne? Boah! Zack! Sehr gut. Ich finde eine sichere Stelle, nach wie vor. Speicherpunkt. Sieht doch schon wieder so fallenreich aus hier. Okay, mehrere Wege wieder. Wir gehen erstmal hier weiter. Vielleicht ist es ja direkt der richtige Weg. Scheint mir fast so. Ich hätte jetzt gerne einen Bogen. Na, kommt her, ihr Arschlöcher. Schade. Komm schon, Römer. Ach, Mist. So, Mist. So, komm. Hinrichtung. Uah, und? Übel. Zack. Und. Bämst. Wetter die. Ach, nö. Och, Leute. Au. Selber. Und, weg mit dir. Hup. Geniale Hinrichtung. Also, hätte ich die richtigen Kasten gedrückt, im richtigen Moment. So. Der Herr wollte auch sterben. Zack. Uah. Fulldive. Och, nö. Wie viel gibt's denn von euch noch? Zack. Hohoho. Weg mit dem Arm, und zack. Schön. Er hat sogar noch versucht, sich zu wehren, während der Hinrichtung. Naja. Es sei ihm gegönnt. Will, wir nehmen mal. Ist das Fokus? Ja. Puh. Ach, herrje. Hallöchen. Hab gehört, ne Legion, wer auf dem Weg zum Aqueduct. Boah. Hallöchen. Hallo, Römer. Sind Sie ganz allein? Jo. Wo versteckt sich deine Legion? Ja, noch wechseln, oder wo noch kein Star? Ja. Ja. Du hast mich getroffen, du Arsch. Du meinst, du darfst das? Ja. Ja. Tja. Er gibt sich ihre Stirn. Ja. Ja. So. Hau drauf. Komm. Ja. 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 Zack. Und zack. Boah. Geniale Sache. Mist. Mist, Mist, Mist. Kommt schon. Boah. Das artet in Arbeit aus hier. Mist. So. Alle anderen mal bitte hinten anstellen. Zack. Zack. Sehr schön. Sehr gut. Wo bin ich hergekommen? Ist das hier lang? Da lang? Ich bin irgendwo runtergesprungen, ne? Sind wir hier hoch? Hier kommen wir nicht hoch. Da wahrscheinlich auch nicht. Dann gehen wir hier lang. Ah ja. Jetzt wird's auch angezeigt. Da ist ne Falle bestimmt. Nö, doch nicht. Okay. Da kommen wir rüber. Da ist ein Baumstamm und da hinten liegt schon wieder ein Gegner. Ei, ei, ei. Es sieht schon genial aus, oder? Wäre es nicht so gefährlich, könnte man sich hinsetzen und einfach genießen. So. Hier lang. Ihre Legionen nähern sich. Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl. Ein Budiker. Hier muss ein Weg nach oben sein. Irgendwo bestimmt... Ach du Scheiße. Ist das widerlich. Da! Ist hier irgendwas? Ne. Ok. Dann mal weiter. Ok. Ok. Ah. So geht's. So. Sehr gut. Schade, mehr liegen hier nicht rum. Warte da. Hier hab ich doch irgendwo was grünes gesehen da. Sehr schön. Noch mehr? Ne, schade. Oben auch nicht, ne? Ne. Ok. Dann gehen wir mal weiter. Puh. Uff. Na. Uh. Hallo? So. Uuuiuiuiuiui. Wie hoch? Ja. Römer! Da unten! Scheiße die schießen auf unsere Jungs. Das müssen wir unterbinden, würde ich sagen. Ist hier irgendwas, was wir nutzen können? Ne. Boah, du Drecksack. So. Das haben wir. Boah, du Arsch. So, eins haben wir noch. Boah, dich hole ich mir so. Du kleine Ratte, du. So, Hinnrichtung brauchen wir. Boah. Und zack. Und zack. So. Schön sammeln. Du römisches Schwein. Au. Selber Schwein. So. Kommen wir hoch, ne? Guck mal, look. Zack. Wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen doch irgendwie... Wir müssen doch hier hochkommen. Na, geht doch. So. Fein. Na gut, dann machen wir es halt anders. So. Und zack. Und da haben wir wieder Gesundheit. Der Weg ist frei. Vorrücken. Sehr gut. Wie unhöflich. Halt dich den Aufzug. Lass die nicht hoch. So. Na. Börst du wohl. Mist. So. Zack. Zack. Na, du auch? Die Seite, die verbleiben in Feinde, das machen wir gerne. Au! Autsch! Drecksack. Wäms! So, das hätten wir. Noch ein Aufzug.